Hey Leute, ich bin wieder da, ja Marco, zurück, jetzt sind wir aus der Bootstraktion, hier entkommen mit viel Glück, jetzt sind wir auf der Suche nach Eric Kirby, den Sohn der Kirbys, Paul und er meint das. Jetzt sind wir, ach so. Das ist eine Falle, sie haben uns eine Falle gestellt. Das ist eine Falle, sie haben uns eine Falle gestellt. Hier ist es nicht sicher, ich kenne ein gutes Versteck. Hier. Aha. Das ist eine Falle, ja? Hier ist ein Wurstfall. Sollte reichen. Wir müssen weitergehen. Wir müssen das an diesen Baum anbringen. Oder? Hallo, jetzt sind wir eine Falle gestellt, dass wir ein Wurst von Waterfleisch geügt haben. Was? Das ist eine Falle. Wir müssen uns auf der Oktober turtle schicken. Ich finde einen Weg für Sie nach oben. Über die Schlucht komme ich nicht drüber. Kommen Sie, schnell! Komm, ja, ich bin ja noch alt. Ja, Mann. Noch ein Raptor. Komm, ja, ich bin ja noch alt. Komm, ja, ich bin ja noch alt. Ja, ich bin ja noch alt. Komm, ja, ich bin ja noch alt. Komm, ja, ich bin ja noch alt. Ich bin ja noch alt. Komm, ja, 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 ich bin ja noch alt. Ich bin ja noch alt. Ich bin ja noch alt. Was ist denn da? Und an Kudos, das war ein super Partner, Joachim. Sie sind fast auf. Vielen Dank, Eric. Sie wissen, wer ich bin? Ja. Deine Eltern sind hier. Sie suchen dich. Sie sind Alan Graham. Was machen Sie denn hier? Deine Eltern haben mich eingeladen, mitzuhören. Vorsichtig damit. T-Rex. Es war schlecht einige von den Kleinen, aber es läuft einen supergroßen an mit der Flosche. Körschen. Körschen. Ah, gut. Machen wir weiter. Ja, wir können zu zweifeln. Anleihen Sie sich so kompliziert zu Ihnen.